Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Oh, ich hab alles verloren. Das ist mir klar jetzt langsam. Naja, wollen wir mal... Ich hab mich schon wieder auf den Ding gelatscht. Wollen wir mal gucken, ob wir jemanden finden, der... uns irgendwas sagen kann. Friede sei mit euch, Alter, ihr... Ihr steht mir im Weg. Ja, Al Mualem bat mich euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja, wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir's hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Oh, meine Fresse gehen die mir auf den Sack hier. Er wird noch jemanden verletzen. Er wird noch jemanden anrennen, Benz. Halt einfach die Klappe, Mann. Nur weil ich besser bin als ihr. Er hat sich wohl verspätet. So, machen wir mal hier bisschen Kletter-Actions. Ich würde gerne hier runter. Was ist das denn hier? Ich würde gerne hier runter. Ich würde gerne hier runter. Ich würde gerne hier runter. Ich würde gerne aufhören, sich wie ein Kind zu bedenken. Ja, ehrlich, ey. Ich würde gerne aufhören. Ich würde gerne aufhören. Ich würde gerne aufhören. Ich würde gerne aufhören. so zu reden untertauchen ist blöd um um er 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 Jemand was? Mei, was so ne Mumu Oh, guck mal, ich hab was gefunden So Mann ey, jetzt hab ich mich wieder geschlagen, verdammte Kacke, Scheißspiel Mann, ey Mann, ey Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie das hier was werden soll Das ist ja wieder so Hm Wir wollen die Sterne, dann Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. So, ähm... Blau, ich versetze sich auf... Oh... Oh... Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich leuchtet, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Tja, wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Wovor flieht er nur? Wie rücksichtslos kann man denn sein? Ja, das ist gut. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Sie passieren. Wieso müsste das schwer gehen? An eurer Stelle würde ich verschwinden, bevor ich wirklich wütend werde. Ist ja gut. Mein Gott, ne. Ja, das ist jetzt wohl blöd gelaufen. Ne, töte mich, dann kann ich das nochmal neu versuchen, das ist besser. Warum wird man direkt getötet? Ist ja voll unfair hier. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. So, und jetzt nochmal zu dem Korbdingens. Den zu beklauen ist nicht so einfach. Wir haben einen Weg. Hier ist falsch. Warum? Ja, natürlich renne ich jemanden um. Ich hab ja auch keine Zeit. Was hat ihn wohl so erschrocken? Du, das nicht doch einmal. So. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich, ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Komm. So. Ja. Nein. Oho. Ich wollte mal schlagen. Mann ey. Das passiert aber auch aus Versehen hier mit dem Schlagen. Ich sehe, wie ihr mich anlegt. Wäre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrübt. Ihr werdet es sehen. Ne, mal eben auf die Karte gucken. So, wo muss ich jetzt hin? Also, genau die andere Richtung hier unten lang. Ne, war nicht. Andersrum. So lang. Wie komme ich denn da hoch? Ähm. Ich kann die Häuser doch hier hoch, oder? Was tut dieser Mann nur? Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser... Hopp! Einfach mal hier lang klettern. Irgendwie müssen wir jetzt eher in die Richtung kommen. Was haben Sie denn? Ein Tareta? Ein Tareta? Ich bin kein Tareta. Nein, nein, nein. Da unten ist eine Fahne. Die will ich erst haben. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir sind nicht zufrieden. Fallen lassen. Ich bin kein Tareta.